Karpi zeigt sich in Berlin, doch ist dann wieder schnell verschwunden. Durch Rückenwechsel hat der Kieferkrampf am Schwänzelutschen. Aber wir können in den sechs Minuten vielleicht kurz dieses Manuelsen-Thema nochmal besprechen. Dann kann der Junge sich auch aus diesem Chat verabschieden und dann muss er auch nicht mehr weiter zugucken. Und dann können wir einfach unsere Sachen machen. Ich wollte jetzt auch das Manuelsen-Thema nur nochmal behandeln, weil das gestern wieder, das ging dann wieder so los, Alter. Und es ist so langweilig, dass es auch immer gleich losgeht. Und es ist so langweilig, dass man auch nicht mal was sagen kann, ohne dass dann immer gleich angerufen und bla und dies und das. Guck mal, Manuelsen und ich, wir waren noch nie Freunde. Wir sind keine Freunde. Und das Wichtigste an der Sache ist, wir werden auch keine Freunde. Okay? Und das ist für mich persönlich auch völlig in Ordnung, weil ich lebe so, wie ich lebe. Und der Mensch Manuelsen, den vielleicht einige kennen und den Rapper Manuelsen, den auch einige kennen, den Boxer Manuelsen, den einige, sehr viele jetzt mittlerweile kennen. Und der Manuelsen, der im Internet Schwestern auf dem Rücken von irgendwelchen Vätern durchnimmt, den kennen, glaube ich, die meisten. Und der Punkt ist der, dass dieser Mensch einige Male, einige Male so weit übers Ziel geschossen ist. Und dass es für mich als Mensch einfach nicht mehr möglich ist, persönlich, aber auch einfach nur so auf zwischenmenschlicher Ebene. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Okay? Ich habe mich einmal mit ihm getroffen in Berlin, das war 2018. Er, Aschraf und ich, die Geschichte habe ich auch schon oft erzählt. Ich habe ihm die Hand gegeben, ich habe mich entschuldigt für alles, was ich jemals ihm vielleicht angetan haben könnte. Ich habe viele Sachen klargestellt. Der Junge hat hinter meinem Rücken weitergelabert. Er hat in der Öffentlichkeit gelabert. Er hat auf der Bühne meine tote Mutter beleidigt. Er saß im Stream, obwohl wir zu der Sony Black 2 Zeit, hat ein sehr guter Freund von mir mit ihm telefoniert. Wir haben gesagt, okay, weißt du was, lass uns das Ding jetzt begraben. Wir machen Chere, so genannt. Alles ist cool. Keiner macht mehr jetzt irgendwie Faxen. Keiner macht mehr über den anderen irgendwelche Sperenzien. Das Ding hat irgendwie drei Tage gedauert und Manu saß wieder irgendwo. Ja, wegen Bushido musste ich mich mit irgendjemandem im Café treffen und so. Bro, ich weiß, dass du nicht anders kannst. Und es ist völlig in Ordnung, weil du musst selber mit dir klarkommen. Ich muss mit mir klarkommen. All die Dinge, die auch du mir vorgeworfen hast, ja, ich muss damit klarkommen. Und du musst einfach mit all dem klarkommen, so was zu dir oder dich als Menschen ausmacht. Du saßt bei Casey im Stream und hast gesagt, mein Vater, mein verstorbener Vater, ja, möge Gott seiner Seele gnädig sein, hat keinen Mann auf die Welt gebracht, ja. Du hast meine tote Mutter auf der Bühne beleidigt. Du hast über meine Kinder gelacht und bist über meine Kinder hergezogen. Du hast so viel und so oft wirklich so sehr über das Ziel hinaus geschossen, so kennt man dich auch, ja. Du bist jemand, du hast dich nicht unter Kontrolle und du wirst dich niemals unter Kontrolle haben. Und es ist für mich in Ordnung, weil solange ich mit dir nichts zu tun habe, ist das auch völlig fein für mich. Wenn du jetzt wieder zum Besten gibst, auch nach dieser ganzen ABK-Sache, ja, wie und was du da gesagt hast, guck mal, ich möchte das nicht wiederholen, weil ich, danach müsste ich mir, also A werde ich wahrscheinlich über Twitch gebannt und ich müsste mir danach auch meinen Mund mit Seife auswaschen, okay. Und darauf habe ich einfach keinen Bock. Dann hast du gesagt, okay, alles cool, tut mir leid, tut mir leid, weißt du. Dann habe ich wieder bei TikTok gesehen, du und Engel und wieder, was du da gesagt hast. Und ich denke mir so, ey, Bro, egal wie sehr dich irgendwelche Leute triggern, Alter, mach das nicht, Mann. Das steht dir nicht. Weißt du, mach dein Gesicht nicht schwarz. Das ist nicht cool auch für dich. Aber, Bro, du kannst mir egal sein. Und ehrlich gesagt, du bist mir auch egal. Wenn ich jetzt mit Peter Rosberg in meinem Podcast sitze, der übrigens heute rausgekommen ist, ja, Friends, 11 Uhr sonntags, jede Woche, Spotify, Apple, überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr jetzt die neue Folge reinfahren. Und dort habe ich im Kontext natürlich rausgerissen, einen kleinen Ausschnitt hochgeladen und dort rede ich darüber, dass ich natürlich einem Peter Rosberg NRW-Verbot gebe, weil ich bin ja in Bonn geboren und rede und erzähle Dinge, die natürlich auch unter anderem ein Manuelsen von sich gibt und sage aber am Ende so, Bro, guck mal, diese Leute müssen sich ja nicht wundern, dass man so etwas sagt, weil man hält den Leuten doch nur den Spiegel vors Gesicht. Und Manuelsen, wenn du nicht möchtest, dass andere Menschen inklusive meiner Wenigkeit solche Dinge sagen, dann verhalte dich auch nicht so. Okay? Nimm dir doch mal, oder beziehungsweise du nimmst dir ja oft etwas vor, aber sieh doch endlich mal das durch, was du dir selber vornimmst. Wie oft hast du dir vorgenommen, ruhig bleiben, weg davon, bla bla bla. Bro, du hast es noch nie in deinem Leben geschafft und wahrscheinlich wirst du es auch nicht schaffen. Weil je älter wir werden, umso schwieriger wird es, dass wir selber aus unseren Fehlern lernen. Ja, ich kann ein Lied davon singen. Ich habe viele Fehler in meinem Leben getan. Ich habe mich bei dir aber entschuldigt, damals persönlich. Aber es hat dir auch nichts bedeutet. Und wenn du dann jetzt anfängst, wieder so rumzutelefonieren und so, dann tu mir bitte einen Gefallen. Ich möchte nicht, dass du irgendjemanden anrufst, der mich kennt. Ich möchte das nicht. Okay? Ich möchte das nicht. Die Zeiten sind vorbei. Es gibt bei mir nicht mehr die Möglichkeit, irgendjemanden anzurufen, damit irgendjemand irgendetwas für irgendjemanden mit irgendeinem anderen Typen bespricht. Ja, die Zeiten sind vorbei, Bro. Nimm es wie ein Mann, wenn ich da sitze, okay, und ein wenig ironisch und satirisch auch ein wenig über Dinge spreche, die du geäußert hast und kein anderer. Du hast es gesagt. Dann musst du damit leben, okay? Und mach nicht wieder ein Riesending. Und ich möchte mit dir kein Ger. Ich will mit dir gar nichts. Ich will dir nicht die Hand reichen. Ich will deine Hand nicht annehmen. Ich will dir keine Faust reichen. Ich will deine Faust nicht haben. Ich will nichts von dir. Du musst damit leben, dass du als Person der Öffentlichkeit einfach damit leben musst, dass Menschen über dich reden. Denn auch ein Bushido redet über dich. Und ich bin ein freier Mensch, Gott sei Dank. Und keiner muss vor niemandem Angst haben, weil keiner tut irgendjemandem irgendwas. Auch wenn du es oft natürlich so suggerierst, als würdest du irgendjemandem was tun wollen, wenn derjenige über das Ziel hinausschießt, deiner Meinung nach. Wie oft, Bro, du über das Ziel hinausgeschossen bist, brauchen wir hier gar nicht diskutieren. Aber Angst, Gewalt, Drohung, Unterdrückung, das hat dir nichts zu suchen. Geh deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Wenn ich etwas über dich zu sagen habe, dann sage ich das. Immer auf einer Ebene, die dich nicht beleidigt, die deine Familie nicht beleidigt. Geh nach links, geh nach rechts. Es ist mir egal. Okay? Ich möchte mich nicht mit dir treffen. Ich möchte deine Hand nicht. Du musst auch keine Kindervideos auf TikTok hochladen und einen Bushido-Song drunterlegen. Bro, das musst du nicht machen. Das kannst du machen. Aber wenn du dann erwartest, ich bin dir nichts schuldig, wenn du das gemacht hast. Okay? Nur weil du das gemacht hast, kann keiner zu mir sagen, aber Bruder, der hat ein Video von dir gemacht, von seiner Tochter gemacht, er hat den Song von dir drunter gelegt. Bro, der kann machen, was er will. Ja? Ich kann auch einen Song von meinen Kindern machen und einen Michael Jackson-Song drunterlegen. Okay? Michael Jackson schuldet mir auch nichts deswegen. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Bitte. Aber ich werde mir auch von dir nicht das Recht nehmen, ja, nehmen lassen, auch über Dinge zu sprechen, die du in der Öffentlichkeit machst. Okay? Das gehört dazu. Ob du damit leben kannst oder nicht, es ist mir egal. Okay? Geh deinen Weg. Mach die Sachen, die du dir vorgenommen hast. Du möchtest Gold gehen mit dem Album, du möchtest deiner Community 10.000 Euro dann geben, wenn du Gold gegangen bist, weißt du, so arbeite an diesem Ziel. Arbeite daran. Weißt du? Du hast den Boxsport für dich entdeckt, weißt du? Arbeite daran. Arbeite doch daran. Weißt du? So, trainier, geh in den Ring. Ist doch alles gut, du hast so viele Möglichkeiten, aber bitte, bitte, hör auf damit und kontaktier mich nicht und versuch mich über andere Leute zu kontaktieren, okay, Digga, das ist, der Zug ist abgelaufen, Alter, sowas gibt es auch bei mir nicht mehr, Alter, was ist das? Ja, ich kenne Leute, die du vielleicht auch kennst, aber es sind meine Freunde, verstehst du, ich meine so, das sind nicht meine Anwälte, das sind nicht meine Angestellten, das sind auch nicht, keine Ahnung was für Typen, das sind meine Freunde, okay, und Bro, Alter, so, dann kündigst du an, du machst Distract gegen mich, Bro, mach, mach Distract, was du willst, mach, wir sind gerade in einer Distract-Ära, mach, biete deinen Song an, mach einen Song gegen mich, Bro, juckt niemanden, deswegen, alles cool, weißt du? Und ich wünsche dir alles Gute, aber lass mich einfach nur in Ruhe und auch kein Chard und kein Treffen und keine Hand geben, das heißt aber auch nicht, dass wir Streit haben, mach einfach, ich will mit dir nichts zu tun haben. So. Und ich wünsche dir alles Gute, was ich wünsche dir alles Gute, was ich wünsche dir alles